Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Lumina 3 Tutorial hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du mit dem Klonen- und Stempeln-Werkzeug diesen dreckigen Vordergrund in einen schönen harmonisierenden Sandstrand verwandelst. Viel Spaß mit dem Video. Als allererstes aber stellen wir uns die Frage, wo finden wir denn das Klonen- und Stempeln-Werkzeug? Nun, das Klonen- und Stempeln-Werkzeug ist hier oben unter dem Reiter Werkzeuge versteckt. Wenn wir da einmal draufklicken, haben wir hier in der dritten Ebene Klonen und Stempeln. Alternativ können wir das Ganze auch mit dem Shortcut Ctrl und J aufrufen. Ich mache das Ganze jetzt einmal hier über die Maus, klicke hier einmal drauf und dann verändert sich auch schon unser Fenster. In diesem neuen Fenster haben wir jetzt hier die Möglichkeit, einmal in unser Bild zu klicken, um eine Quelle festzulegen. Das ist die Quelle, die das Werkzeug Klonen nennt. Also wir klicken jetzt zum Beispiel hier drauf, das mache ich gleich, und haben dann genau diesen Bereich, den wir hier ausgewählt haben, als Klon und können dann mit dem Stempeln, was hier im Endeffekt nichts anderes ist, als mit der linken Maustaste über den Bereich drüber zu gehen, den wir verändern wollen und können dann dieses geklonte oder diesen geklonten Bereich übertragen wir dann auf die Ecke, die wir verändern wollen. Bevor wir das machen, möchte ich aber einmal hier oben noch auf diese drei Reiter bzw. auf diese vier Reiter eingehen. Zum einen haben wir ganz links stehen, was machen wir hier überhaupt? Wir klonen und stempeln. Dann habe ich hier die Möglichkeit, die Größe einzustellen. Wenn ich hier einmal draufklicke, seht ihr, so groß ist aktuell der Bereich, den ich mit dem Klonen auswähle. Hier habe ich die Möglichkeit, die Weichheit einzustellen. Möchte ich jetzt hier eine sehr kleine Weichheit, also eine sehr harte Kante erzeugen, stelle ich das Ganze auf einen sehr geringen Wert, möchte ich, dass das in einem schönen harmonischen Übergang funktioniert, nutze ich eine große Weichheit. Genauso habe ich hier noch die Möglichkeit, die Deckkraft zu ändern. Das heißt, 100% ich nehme die komplette geklonte Ebene und drücke sie da mit einem Klick drauf. Oder aber wir gehen hier mit der Deckkraft runter, zum Beispiel bei 50%. Um jetzt den kompletten geklonten Bereich sichtbar zu machen, ohne dass der Hintergrund, also das, was wir entfernen wollen, noch sichtbar ist, müssten wir jetzt halt zweimal hier draufklicken. Jetzt habe ich hier diesen Bereich oder diesen Reiter hier übersprungen. Wenn ich hier draufklicke, seht ihr, habe ich nochmal genau dieselben Einstellmöglichkeiten, plus hier unten, wenn ich das Ganze mit einem Grafiktablet mache, den Radius und die Deckkraft hier nochmal einzustellen. Das gleiche kann ich machen, wenn ich im Bild auf die rechte Maustaste klicke. Auch hier kann ich wieder die Größe verändern, die Weichheit einstellen und die Deckkraft verändern. Sowohl hier Radius und Deckkraft für den Stiftdruck bei einem Grafiktablet. Als allererstes muss ich jetzt natürlich eine Quelle auswählen und die soll halt auch die entsprechende Größe haben. 100 ist hier deutlich zu groß. Wenn man hier mal guckt, wie klein eigentlich der Vordergrund, der Sandstrand hier ist, ist doch dieser Kreis, den ich dann auswählen würde, deutlich zu groß. Hier können wir auf einen Wert runtergehen von, sagen wir mal, knapp 50, 50. Das passt eigentlich ganz gut. Und können jetzt hier in einen Bereich gehen, wo der Sand doch sehr aufgeräumt ist und können mit einem Klick auf die linke Maus eine Quelle auswählen. Ich klicke hier einmal drauf und jetzt seht ihr, hat sich der Kreis mit dem Fadenkreuz dort befestigt oder ist da stehen geblieben. Das heißt, wir haben jetzt von diesem Punkt an, haben wir jetzt ausgewählt, was unsere geklonte Ebene sein soll. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf diesen Stein oder auf diesen Fußabdruck, was auch immer das hier im Vordergrund ist, draufklicke, werdet ihr jetzt sehen, dass sich das Fadenkreuz bewegt. Das heißt, er bleibt nicht an dieser Stelle immer stehen und nimmt immer diesen Punkt, sondern er wandert mit. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüber gehe, ich mache das jetzt einfach mal so in diesem Bereich, klicke jetzt hier drauf, dann seht ihr, fährt das Fadenkreuz mit hier rüber. Das heißt, überall da, wo das Fadenkreuz ist, den Bereich klont er und nimmt ihn mit. Wenn ich jetzt hier weggehe, sieht man, hat er das eigentlich recht schön mitgenommen. Wäre ich jetzt mit dem Fadenkreuz hier über diesen schwarzen Fleck gegangen, dann hätten wir auch diesen schwarzen Fleck wieder im Bild gehabt. Das heißt, wenn ich diese Ebene jetzt als Ausgangsebene immer nehme, um hier einen schönen, glatten Sandstrand zu erzeugen, muss ich immer wieder auf diese Ebene zurückgehen, bis ich mir eine relativ große Ebene zusammengebastelt habe und kann dann einen größeren Bereich auswählen. Um jetzt wieder eine neue Ebene oder wieder an den Ursprungspunkt zurückzugehen, drücke ich einmal die Alt-Taste. Dann seht ihr, dann springt das Fadenkreuz hier rum und ich kann anfangen, mir eine neue Quelle auszusuchen. Ich gehe jetzt einfach mal hierher, klicke hier drauf und ihr seht, jetzt bleibt das Fadenkreuz wieder da stehen. Jetzt gehe ich hier zurück und möchte diese Fußabdrücke wegbekommen. Das heißt, ich fange jetzt an, linke Maustaste gedrückt halten und wandere jetzt über diesen Bereich drüber hinweg. So und ihr seht, jetzt hat er hier diesen Bereich schon weggemacht. Jetzt gehe ich wieder zurück, drücke die Alt-Taste, wähle mir wieder diesen Bereich aus und wandere wieder nach links. Ihr seht, das Ganze ist wirklich Fummelarbeit und nicht mal eben innerhalb von 2-3 Minuten zu machen, auch wenn es nur eine kleine Fläche ist. Ihr seht, jetzt habe ich mir hier diesen Bereich hier mit rüber genommen. Heißt, ich muss wieder die Alt-Taste drücken, muss jetzt wieder hierher gehen, muss mir das auswählen und gehe wieder hier rüber. Und wenn man das wirklich schön sauber macht, dann kann das schon sein, je nachdem wie groß die Fläche ist, die man da verändern will, kann das schon mal eine Stunde, anderthalb, manchmal auch zwei Stunden dauern. Als nächstes möchte ich euch noch zeigen, wie man jetzt hier zum Beispiel an dieser Kante von dem Wasser rüber zum Sandstrand, wie man das wegbekommt, ohne dass das sofort auffällt. Dafür zoome ich jetzt einmal ins Bild rein. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Bei dem Testversuch, den ich gemacht habe, hatte ich danach leider unschöne Bildaufbauten im Bild und habe sie auch nicht wegbekommen, erst als ich das Bild dann wieder in die Vollansicht zurückgescrollt habe. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ich zoome also mit dem Rad von der Maus rein, kann dann mit gedrückter Leertaste im Bild hin und her wandern und kann jetzt hier diesen Stein zum Beispiel auswählen beziehungsweise wegmachen. Auch hier wieder mit gedrückter Alt-Taste suche ich mir jetzt hier einen Bereich aus. Wir nehmen einfach mal, ich würde sagen, als erstes machen wir die Größe nochmal eine Nummer kleiner. So, also habt ihr gesehen, rechte Maustaste macht sich das auf. Jetzt wieder die Alt-Taste drücken und dann suche ich mir jetzt hier diesen Bereich aus. So, und jetzt gehe ich hier langsam drüber. Ihr habt gesehen, jetzt ist genau das passiert. Ich bin mit dem Fadenkreuz hier auf die Kante von diesem Stein gekommen und jetzt baut er mir die Kante hier drüben hin. Heißt, jetzt muss ich mir hier wieder eine neue Ebene suchen. Ich nehme jetzt einfach mal etwas, was in der Nähe ist und klicken jetzt ganz vorsichtig hier drüber, so dass das nach und nach verschwindet. Wählen jetzt hier wieder eine neue, einen neuen Bereich aus und fahren hier ganz vorsichtig drüber. Jetzt müssen wir nochmal eine Ebene auswählen. nehme ich die hier und ihr seht, was passiert. Jetzt habe ich mir hier etwas reingebaut, was ich da eigentlich nicht haben wollte. Heißt, ich muss mal schauen, dass ich das jetzt so wegbekomme. Ja, ist nicht schön. Aber ich glaube, wenn ich jetzt einmal raus scrolle, jetzt sieht man das, was ich eben meinte. Jetzt muss ich das Ganze einmal hier bestätigen, dass er das verarbeitet. Jetzt sieht man, dass das in Ordnung ist und man kann nicht mehr wirklich erkennen, dass hier ein Stein war. Wenn man es weiß, ja, dann kann man sagen, okay, hier wurde was verändert. Aber wenn man es nicht weiß, würde ich behaupten, erkennt man das nicht. So, ich werde jetzt nochmal zurück auf Klonen und Stempeln springen, werde den Rest hier noch wegmachen und werde euch dann gleich das Endergebnis zeigen. So, das ist das fertige Bild. Ich finde, es ist mir sehr gut gelungen. Man sieht auch nicht mehr wirklich, dass ich da irgendwas verändert habe. Auch hier, wo ich eben noch sagte, normalerweise sieht man es nicht, bin ich eben nochmal mit dem Klonen und Stempeln drüber gegangen und habe das nochmal etwas sauberer bearbeitet. Und ich habe hier überall noch so ein paar kleine Steinchen liegen gelassen. Das soll einfach den Effekt erzeugen, dass das nicht hier einfach nur eine wirklich homogene Fläche ist, sondern dass hier wirklich auch Sand ist. Und ich denke, dass mir das bei diesem Bild sehr gut gelungen ist. Ja, mir persönlich gefällt das Klonen und Stempeln Werkzeug sehr gut. Ich arbeite sehr gerne damit, auch relativ häufig. Im nächsten Video werde ich euch dann noch das Radieren Werkzeug vorstellen. Auch damit kann man Dinge aus dem Bild verschwinden lassen. Ich finde persönlich nicht so schön wie mit dem Klonen und Stempeln Werkzeug. Vielleicht eine Kombination von beiden. Ich würde aber immer eher zum Klonen und Stempeln Werkzeug tendieren. Wieso, weshalb, warum zeige ich euch dann im nächsten Video. Wie sind deine Erfahrungen mit dem Klonen und Stempeln Werkzeug? Kommst du damit gut zurecht? Oder sagst du, jedes Mal Alt-Taste drücken, Fummelarbeit dauert immer so lange? Das würde mich interessieren. Kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest einige nützliche Tipps und Tricks oder neue Informationen für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Wenn das das erste Video ist, was du dir von mir anschaust, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Infoglocke zu aktivieren. Jedes Mal, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe, bekommst du dann eine Information darüber. Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest ebenfalls mit diesem Programm mal arbeiten, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir Links hinterlegt, über die du das Programm beziehen kannst. Das Ganze sind Affiliate-Links. Du musst nicht mehr dafür bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision dafür, wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst. Außerdem gibt es noch den Rabattcode Björn. Mit diesem Rabattcode kannst du noch mal 10 Euro auf das Programm sparen. Auch das ist in der Videobeschreibung noch mal genau erklärt. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. hoffe, du schaust auch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ciao!